So intuitiv wie ein Malbild können Cloud-Lösungen sein und es gibt so viele sinnvolle Lösungen, Konzepte und Anwendungsbereiche. Wenn mit diesen Möglichkeiten für unsere Kunden greifbar und realisierbar werden, setzen wir von ByteSource aus Wien uns mit über 30 Experten und das erste und derzeit größte AWS Advanced Consulting Partner in Österreich für unsere Kunden ein. Und was heißt das eigentlich für Sie? Für Sie heißt das, mit Ihrem Projekt im Umstieg, hybriden Lösungen oder der All-in-Cloud mit uns einen kompetenten und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite zu haben. ByteSource analysiert Ihre aktuelle Situation, entwirft und implementiert gemeinsam mit Ihnen den optimalen Ansatz, um Ihre Ziele und Visionen mit Hilfe von AWS zu erreichen. Ob Sie nun ein Enterprise, Startup oder ein SMB sind, Ihr Vorteil ist unser breites Spektrum an Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel DevOps and Security, Performance Tuning, Governance und Cost Control oder Architecture and Custom Development. Neben der Fachexpertise dürfen Sie sich bei uns auf ein gutes Teamwork verlassen. Untereinander natürlich auch mit Ihnen. Denn gute Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil für den Projekterfolg. Gerne würden wir auch Sie bei Ihrer Cloud-Journey begleiten. Weibling of the Doe 뭐 are we it Untertitelung des ZDF, 2020